so geil hast du eigentlich zwei drei folgen geguckt ja mit dem kaffee auch nein was ja habe ich ich habe ja sogar ein t-shirt davon das fnk in the coffee t-shirt weil genau dieser kaffee abgebildet ist okay als mein lieblings t-shirts habe ich mir damals im spiel gekauft da ist ein automatisch muss gucken wegen meinem hunger alles vorher alle vor allem vor sehr gut das ist poli die alte schabbracke das geht ja danke ich brauche mal gar nichts von dir ach so hi 18 dollar alle klar hey arne 18 dollar danke schokoladengeks still in den hunger ein wenig das ist doch schön ich schmeiße auch von dem schokoladen kippt also okay ich meine ich was wir essen ich weiß es nicht ich weiß es nicht in meinem handy warte und wieder emily morgen bitte schon morgen wieder schlecht morgen george dremel und ist kreis du hast du wenn du mal restet Oh, ich war praktisch alle Nacht, die Papierarbeit zu machen. Thomas hat mich dabei geholfen, also konnte ich nach Hause gehen und ein bisschen schlafen, aber nicht genug. Dianne kam zurück in die Stadt in die Nacht. Wir sollten ihr einen Besuch geben. Das bedeutet, gehen zu der Art-Town-Kreis. Sie lebt in Ann-Worx, in der Office da. Also es ist der einzige Ort, um sie zu finden. Die Galerie ist von 10.000 bis 1700. Zeit für die Art-Town-Kreis. Nur in der bestimmten Zeit. Eine kulturelle Aktivität in so einer kleinen Stadt. Unglaublich, Zack. Die Galerie ist genannt Muses' Galerie. Die Muses sind die Gäste der 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 Gäste. Ah, das ist so einfach Dianne, wie sie die Art-Town-Kreis. Sie ist so intelligenter Frau? Oh, vielleicht. Sie sehen sich schnell. Emily hat sich die Zack gesehen. Die Dianne ist die andere Frauen nicht so popular. Ich habe sie zu sehen. Katzenkampf, Junge. Katzenkampf, Katzenkampf, Katzenkampf. Ich ziehe den Weg durch die Gäste und fahre nach. Abflussende Du bist schade der Gäste der Gäste. Oh, muss ich auf Yakuna sein. Das ist fast so... Als es noch so schnell wie die Gäste, aber irgendwie... Sonst wenn das so schnell wie die anderen spielen. Oh! Dann wird es so schnell noch so möglich. Ah, Quatsch, alles gut. Gar kein Problem. Voll die gute Kamera, voll die gute Kamera. Die Musik vor allem. Der Soundtrack von dem Spiel ist eigentlich zu genial. Ich will jetzt nicht reden, aber ich will jetzt reden. Ich weiß nicht, ich will jetzt reden. Mit mir selbst oder mit den Insassen. Oh mein, Hinweis? Ja. Ich harte was, ich harte was. Nein, ich harte was. So, warte mal. Fluss entlang, fluss entlang, fluss entlang, fluss entlang, fluss entlang, fluss entlang, fluss entlang. Ich hätte gerade ausprobiert, du bist natürlich der Premium. Oh, ich habe das nicht. Ist gut, warte mal. Ich muss mich auf jeden Fall da links halten. Aber... Ich komme hier noch erst. Okay, also links halten. Ich muss mich mal bemerken. Da kommt der Redner. In unserer Galerie, in so einer kleinen Stadt. Ich muss mich bemerken, um zu denken, dass es nicht zu finden ist. Warte ich nicht. Bitte? Vandalisten mit Maßstäbe. Ich gehöre zum Gesetz. Ich darf das. Alter. So, wie kann man das Geld auch loswerden? Ach. Bullshit. Ich mag mich in die Galerie. Es ist sehr relaxant da. Wirklich, George? Ich habe das nie über dich. Ich weiß es nicht. Ich wei nur mal, bitte, ich ich... ... dann schaue ich mich mal ganz kurz. von ganz leute hier zu 6 6 ich werde zu hören mein Satz Jetzt ist das aus der Linie. Ich bin stärker. Das ist doch Bullshit. Es ist so, dass du sagst, dass ich das totale Opposite von ihr bin, ist das es? Die Rede ganz normal sein. Das ist nicht, was jemand sagt. Wenn das auch nur 5% Schaden geht, oder so. Ob Diana sexy ist, das müssen wir erstmal beurteilen. Das weiß ich nicht an Emily aus. Emily auch für den Namen, Alter. So, komm hier Sirene. Alarm! Ich will jetzt mal überlegen, ob das Mann für irgendwer steht. Spy? Keine Ahnung. Ach, kein Problem. Das wäre schön, wenn wir jetzt so lange machen würden. Ich glaube, wir müssen die... Genau. Minus halt. Das ist ein geiler... Unermiss, der Soundtrack allein so groß war für den Pfeifen und weiter. Das kann echt einigen. Das ist geil. Das bellt mir auch im Kopf. Das ist super. Boah, das Ding ist mega langsam. Wie geiler ist, dass wenn ich auf die Sirene haue, mein Pult oben auch steigt, ne? Das ist nämlich voll aufregend. Genau. Ne, das hört sich nach was anderem an. Ja, so ein bisschen, ne? Komm, komm auf. Wir haben jetzt... Wir müssen das jetzt nicht sexen... Äh, ne. Es passiert halt nicht, wenn dein Puls voll ist. Brot? Äh, ich glaube, ja. Ich könnte aber auch nicht umgekehrt werden. In kurzer Zeit. Wo ist das? Was? Nein! Warum nicht? Nein! Nein! Weil du vielleicht schon vorne anfangen musst. Okay. Gut, ich sag mal nicht. Guck mal, auf fliegende Straßen. Oh! Erstmal unterwegs, da bin ich ja wohl Klaas herbeigefahren. Ja. Da war ich wohl klar auf meiner Spur. Ich kriege eine Optik vielleicht, ja. Quatsch. Ich hab auch meine Brüder nicht aufgefahren. Muss man... Muss man... Muss man... Muss ich nicht. Ja, das ist okay. Ich weiß nicht. Ich hab's einfach später. Aber das ist noch 200 Jahre entfernt. Das ist, glaube ich, kaum das, äh... innerhalb von... 170 Jahre mittlerweile. Ein Jahr davor. Falsch! Das dumm. Hühnchen! Alter. Wandelismus. Wenn das kaum kommen wär. Was? Zu lange für große Strecken? Geil, das ist... Warte mal. Hab' eingepackt. Ey, pack' aus! Ey, pack' aus! Ey, pack' aus! Ja. Äh, so. Ich hab' eingepackt. Jetzt also ins... Äh... Nachts im... Museum. Oder Muse. Wie auch immer. Es ist KEIN Museum! Mann! Von mir aus noch Galerie! Wo ist denn der Unterschied? Erzähl mir das bitte! Kannst überall... Anglotzen! Dianne liebt das Gebäude so viel. Sie hat das Gefühl nicht immer kurz draus gespürt. Sie hat das Ausstellung wie ein Museum. So, sie ist rich. Sie hat diesen Ort gekauft, nicht sie? Wird das deine Frage? Wahrscheinlich so. Na ja, George, Emily, ich will mit Dianne sprechen. Der geht immer überall alleine rein. Ist der Hammer. Wieso? Sag mir, du hast noch nicht uns vertraut. Nein, das ist nicht alles. Aber das ist sehr wichtig für mich. Ich mache immer sicher, dass ich mit den wichtigsten Menschen, ein auf ein. Sonsten ist es schwierig, die subtleren Reaktionen des Suspektes zu erkennen. Das ist nur so, wie ich es mache. Und ich empfehle Ihre Verständnis. Die 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 Wenn mehrere Leute da sind, reagiert werden vielleicht anders. Geh dann, dann. Du wirst nicht von uns hören, oder? Du wirst mich nicht mit uns hören, oder? Du wirst mich verstehen, George. Aber dann, Zack, es wird sich mit den grünen Krawatten. Dann tragen wir grünen Krawatten, Junge! Und jetzt die Schokoladenverpackung sieht geil aus. Schokolade. All klar, wir holen uns nachher eine Pizza, auf der eine Schienapfanne drauf ist. Und auf dieser Schienpfanne nochmal Schokolade oben rüber. Okay. Dann sterben wir an der Erwitzung Krebs. Hello. Hallo. Hi, was geht? Was ist hier? No reply. Let's take a look around then, Zack. Voll der scary Baumjörer. Okay, rot bedeutet eine Tat eigentlich nur irgendwas wie... ... auf dem Liede. ... äh, rot bedeutet in der Tat eigentlich immer so was wie... ... interaktiv wichtig, also das Speicherpunkt brauchen wir nicht. So, Olivia, sag an, was hast du? ... nein, nein, still durch Spaß. ... äh, ich bin... ... äh, ich mag bäst. Uh-huh. ... bäst, okay. Ah, aber ich sehe, dass diese alle bästigen Schokoladen sind. Du kommst hier oft, dann? Oh, äh... ... äh, nein. ... äh, nur ein paar Mal. ... äh, ich bin sorry, ich muss wirklich zurückkommen in der Diner. ... äh, okay. Zack, sie war über etwas lieb. Sie hat Bühne gesagt, Bühne, nicht Bühne Bühne. Sie braucht nicht hierher, um Bühne Bühne zu sehen. Es gibt viel Bühne, die Bühne zu sehen. ... äh, gibt auch Sinn. Er ist voll smart, dieser Agent. Ohne Witz. Voll klug. Okay. Da steht jetzt drauf, äh, 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 ich liebe dich, äh, sei mein größter Fan, ... trifft mich da und da, um so und so viel über. Hey, ich bin zu gut. Schlüssel zur Galerie. Okay. Bäume im Zwielicht, ein schönes Bild mit sechs Bäumen im Licht eines Sonnenuntergangs. Klingt mir sehr nach einem Sturm und Drang-Gemälde, ne? Im Sturm und Drang, ähm, die Künstler öfter versucht haben, ähm, ihre Gefühle dadurch auszudrücken, dass sie, ähm, etwas dunklere Farben verwendet haben und auch, ähm, ähm, damit sozusagen ein Aufbegehren des Volkes, ähm, veranschaulicht werden sollte. Sag mal, bist du hart? Nein. Sag mal, kiffst du? Nö. What the fuck? Ich würde dir voll gerne mal die Maschinenpistole ausprobieren. Hier drinnen, genau.